ja halli hallo liebe ja leckere kabelfreunde ich bin's der tenji und wir spielen faktorio also wir haben uns letztens in der letzten folge darum gekümmert dass der schwefel wieder hoch kommt dass wir ein bisschen schwefel wieder bekommen wir haben jetzt hier ein ja ein schwefel eine schwefel fast hochgekommen das heißt wir haben jetzt hier 25 schwefel ich weiß zwar noch nicht genau warum das hier nicht angezeigt wird dass es drin ist aber ist okay lassen wir es mal so so silizium waffeln leute die ziel zum waffeln haben wir ja schon gemacht das heißt wir können die anfordern und zwar würde ich das wahrscheinlich er muss von der seite gemacht werden oder von unten machen wir von unten so wir fordern an silizium waffeln die sind so lecker oh gott ach du scheiße oh nein oh gott über drei ben alter wie das übertrieben haben okay die haben wir jetzt also auch okay da muss ich gar kein schneller seine reicht auch der normale so sehr schön aber ich möchte dahin haben ach schwefel ist jetzt auch drin sehr schön jetzt sind bloß noch die vergoldeten kupferkabel und da habe ich mir schon was überlegt passt auf leute passt auf wir machen so ja gleich fertig geht rucki zucki bei uns das kommt hierhin nein nein da kommt das hin und dann so und so okay und darin werden jetzt vergoldete kupferkabels gemacht vergoldete kupferkabels die müssten ja dann hier sein ja okay dafür brauchen wir aber noch gold und wir brauchen kupferkabels wir brauchen die kupferkabels deswegen baue ich gerade noch was hin okay dann muss ich hier noch was machen okay und hier haben wir ja unser kupfer zeug kupfer ist hier drauf hier ist gold und kupfer drauf und das möchte ich mir ja das möchte ich gerne nutzen naja dann nehmen wir lieber mal so ein super mega welt ja ja super mega welt ist das so das geht dann hier rein kommt dann hier wieder raus und schwupps haben wir alles was wir brauchen hier ja 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 okay dann das ding hier rein so hier werden jetzt nämlich kabel gemacht ja ganz normal kupferkabel und der macht dann daraus die goldkabel und das geht dann direkt da rein noch ein ding dazwischen so und schwupps was bekommen wir wir bekommen frohe prozessoren die müssen aber irgendwo noch raus also geht's nach da und wenn wir schon mal dabei sind aber hier noch götter module rein damit wir nicht zu viel verschwenden zu viel verschwenden ist nicht gut okay dann eine anbieter kiste eine passive so und das wird jetzt geholt gleich müsste gleich geholt werden theoretisch da kommt und dann rennen wir hinterher oh gott die sind so schnell so und dann werden die ausgeliefert dann werden die da gekrapscht und schwupps werden hier die gemacht und wir haben alles was wir brauchen bis auf die rubine die fehlen jetzt noch und ich muss hier tatsächlich die geschwindigkeit logistik und effektivität und so muss ich alles abändern also geschwindigkeit das sind ja die hier dann kommt die dann kommt die und dann kommen die so war noch die umweltreinigungsdinger ne ja okay die sind alle da und dann brauchen wir noch ähm statt also wir brauchen kein lötmittel doch lötmittel brauchen wir ähm wir brauchen das hier nicht mehr da müssen rubine rein boah sogar zwei stück alter polierter saphir und polierter rubin die müssen wir noch anfordern so die dürften dann hier unten sein oder nein das sind die kompress ja ich glaube dadurch dass ne doch wir haben die müssten noch schon da sein irgendwie rosmarag tier polierter saphir rubin polierter saphir so die müssen bloß noch reingeschafft werden und schwuppdiwupp funktioniert das ja alles ich finde es interessant dass hier nichts rüber gespringt wird achso wegen dem hier ich mach das hier mal aus langsam das reicht erstmal so okay dann machen wir mal looki looki wie kommen wir jetzt an die saphire und alles rein wir haben das ja alles erforscht sollte ja eigentlich funktionieren also um einen polierten rubin zu bekommen müssen wir einen rohen rubin finden ganz klar ein polishing wheel also so ein schleifrad bekommen also zum polieren ähm und äh wir brauchen natürlich auch ähm poliermittel okay soweit so gut für das andere ding dann genau das gleiche und das macht man in einer ganz normalen fabrik so wo machen wir unsere polierfabrik ich bin mir nicht ganz sicher gab es nicht bei den leichen hier unten gab es da nicht auch ähm edelsteine oder müssen wir das aus den edelsteinen direkt rausholen da bin ich mir noch nicht ganz sicher wir werden gleich mal gucken gehen hier also hier sind mh nein hier sind welche rubinerz zum beispiel rarubi ein rarubi haben wir hier saphir haben wir bloß ein erz das aber interessant dass wir dass wir generell mal was haben ja das Problem ist wir haben jetzt hier ähm wir haben ja hier die dörfer ausgerottet das heißt wir bekommen nicht mehr so viele leichenteile wie am anfang deswegen ist das ein bisschen schwierig aber wir haben hier drüben zum beispiel auch gemstones ähm und ich denke mal wenn ich die abhaue oder abbaue dann kriegt man auch was raus aber wir schauen erstmal hier hier was sort raw gems unsortiert aha achso wenn ich die jetzt da hinten abbaue dann kriege ich so unsortiertes zeug raus wahrscheinlich na gut na gut äh ich bin jetzt irgendwie reingelaufen komme ich mal raus ok also machen wir noch eine anbieterkiste draus oh hier sind ja auch noch gems lol direkt hier so direkt hier drunter ne ähnerte fakte sind das ok hab nix gesagt so ähm wie wir das ranschaffen das zeug ist eine sache ich würde erstmal gucken wo könnte man das aufbauen ich würde ja gerne hier was aufbauen hier drüben haben wir sehr viel platz die dinger die hier sind die tun ja alle nichts mehr zur sache hier abgesehen vielleicht von ein bisschen licht das war aber schon alles so ok hier haben wir eigentlich genug platz ist noch ein bisschen eisen ähm mit einem ertrag von sieben das ist eigentlich gar nichts können wir genüsslich hier ein bisschen arbeiten also puh wir kriegen also wir müssen ja da brauchen wir einen rohen rubin so ein roher rubin das ist der hier da brauchen wir einen brocken von rubin grinding wie uns sauberes wasser ok und ein brocken von rubin kriegen wir aus rubinerz raus das heißt ähm das ist eigentlich immer das gleiche hier immer ra ra und dann das ne ja auch immer das gleiche material das ist witzig weil entweder machen wir gleich eine ganze anlage wo es immer weiter ähm wo das halt quasi immer weiter äh verarbeitet wird oder wir machen eine anlage die wir immer umstellen können aber ich würde eher gerne alles machen das heißt was sind das da für maschinen diese eine maschine äh die da immer mit auftaucht ist irgendwie ein bisschen komisch naja mal ganz kurz gucken taucht die hier auch mit auf nein vielleicht bei bobs zwischen wo ist denn bobs äh die tech hier vielleicht ne was ist das für eine maschine die da einfach aufgetaucht ist so hm als ob es da irgendwie eine extra maschine geben würde für naja okay hätte ja sein können es wäre eigentlich ziemlich cool gewesen eine extra maschine dafür zu haben aber wir benutzen einfach die hier das passt auch so machen wir erstmal eins zwei drei weil wir wahrscheinlich drei brauchen wenn ich das richtig gesehen habe so dann wir kriegen also das erz ran ja dann haben wir schon mal das erz und das müssen wir einfach nur reinschmeißen dann geht es weiter ok der hier braucht noch wasser und der braucht kein wasser mehr ok also grinding wheel sauberes wasser ok hier wie sieht es hier aus hier ist noch eine pistole drin so hm ich muss das mal woanders rein tun irgendwo nur nicht hier hier ist kein platz mehr wir haben nehmen einfach die lagerkisten wo haben wir hätten unseren platz hier werde ich eh nichts mehr anderes machen also können wir die hier hin machen jetzt habe ich hier natürlich ähm so jetzt habe ich natürlich hier irgendwelchen scheiß rein getan ich weiß nicht mehr was es war hier die waffe zum beispiel naja wir werden schon auch was finden haha ok so das ist dann hier wenn ich hier anfangen würde kriege ich die anlagen bestimmt alle schön nebeneinander hin so also beim ersten kommt einfach nur das ganz normale so dann geht das weiter und da wird es dann ein bisschen schwieriger weil hier das beim nächsten schritt ähm wasser benötigt wird und das wasser naja ich meine das ist nicht schwierig weil hier haben wir zum beispiel wasser die wollen ja sauberes wasser haben ist das das saubere wasser hier wir können natürlich auch eine ganz normale pumpe nehmen obwohl so schwierig ist das gar nicht mach einfach hier mhm das ist doch doch ein bisschen schwieriger das wasser das wasser hier so durchgehen aber ich muss ja von da nach da auch noch was machen also ich glaube das nicht ganz aber wir könnten die hier hin machen weil das letzte schritt wäre dann der hier ne die brauchen gar kein wasser der letzte braucht gar kein wasser das ist ja schon mal sehr witzig wie könnte man jetzt hier wasser durchgehend anschließen für mehrere sachen also wenn wir jetzt zum beispiel hier hier drüben dann nochmal eine reihe machen würden müsste man das ja auch machen und wir müssen noch ähm anbieter kisten einplanen hier das grinding wheel muss ja angeliefert werden und hier muss das grinding wheel auch angeliefert werden plus das mittel ok ähm anbieter kiste und anforderungskiste das kriegt man schon hin leute hehehehe haha ich hab da ein ganz gutes gefühl bei der sache ja vielleicht müssen wir hier einen besseren abstand halten aber wir kriegen das hin ja ist ein bisschen blöd weil ich die jetzt gerade gebaut habe müssen wir ein bisschen warten bis die durch sind dann könnte ich überlegen wenn ich jetzt hier eine kiste machen würde direkt hier wird es nicht funktionieren so stellt euch vor ich mache so und dann so also mit einem langen knickarm befeuert da liegen kleiner und intelligenter greifen naja kleine will ich nicht wir ganz normalen langen knickarm haben von mir aus auch einen schnellen ist mir egal hm na wo ist der denn jetzt hin da oben so ich würde gerne dass das das funktioniert so ne ja das wird dann fertig und geht dann da rein und hier wird ähm ne das ist falsch ne wo war denn das jetzt bin ich blöd war denn die rubine hä war das nicht hier ne zwischenprodukte bobs materialien hier bei den ok dann kommt dann das raus und da brauchen wir noch mal ein polish newbie und das das heißt wenn das jetzt hier die anbieter kiste die anforderungskiste ist dann kommt jetzt hier rein ja erstmal das zeug finden zwischenprodukte das mittel also erstmal das schleifrad und das leckere mittel müsste auch hier sein dieses polishing mittel wieso ist denn das hier nicht drin ne hier vielleicht warum ist denn hier dieses polishing mittel nicht drin da würdest du mich verarschen quinding wheel polishing wheel blablabla blagedöns das gibt es ja gar nicht nochmal gucken hier das zeug polishing komponent bob blades bei bob blades ok also es ist bei bob auf jeden fall von bob hier sehe ich es mal definitiv nicht bobs material ja da haben wir es doch ok so und dann können wir das nämlich einmal also nach nach da muss ja auch geknickt werden wegen dem quinding wheel gleichzeitig will ich aber gucken wie ich das mit dem wasser mache ja moment mal dann gucken wir mal kurz erstmal baue ich mir sowas sowas und ein paar rohre hinterher weil hier kommt jetzt zum beispiel die pumpe hin wir haben ja noch eine wasserpumpe sollte man doch eigentlich noch haben oder habe ich die jetzt schon verschwendet äh sieht aus ob ich die verschwendet habe die war eigentlich immer hier oben ne stell dir vor hier kommt jetzt die pumpe dran so dann macht man hier wasser rein so so und das geht natürlich nicht weil hier kann er dann kann er hier nichts reingreifen ich wollte dass er das da reingreift mh ne ist ein bisschen blöd weil hier scheint es ja dann zu gehen ich gehe mal an dass da rübung ogre greifen kann wenn ich aber so mache Da kann ich hier trotzdem nicht rein ne Mäh, 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 kotzt mich an. Man könnte allerdings, ja, dann machen wir es anders. Vielleicht habt ihr gerade eine bessere Lösung, aber ich mache es dann einfach doch einen Tick anders. Ich mache es einfach so. Okay, und der kommt dann dahin. Dann machen wir hier eine, ach, den müssen wir doch richtig breit machen dann. Ein Zürr geht noch. Nein. So, dass wir nur mit langen Knickarme arbeiten dazwischen, ist das nervig. Aber so ist es nun mal, so ist es nun mal, wenn man was braucht. So, Anforderungskiste und da kommt auch noch mal eine hin. Und dann hier unten kommt die Anbieterkiste, weil es dann fertig ist. Brauchen wir noch lange Knickarme oder schnelle lange? Ach, hier sind die langen, die lange befeuerte. Wo sind denn die, die stinkt noch mal einen langen. Hier, nee, da, da, da. Ah, der braucht auch weniger. So. So. Und so. Beziehungsweise der, ja, kann man so machen. Okay, dann Gems. So. So. Und so. Ja, da könnte man theoretisch hier nämlich auch noch mal extra machen, dass man sagt, nach oben, nach unten. Nach oben, nach unten. Da kommt in die andere Anfragekiste rein. Und dann könnte man hier vielleicht die Rohrubine, also die Dinger hier, die Rubinerze hier anfordern. Dann geht es da rein. So. Und dann geht es weiter nach unten, weiter nach unten und jetzt noch das Wasser dran. Das könnte man dann einfach lösen, indem man hier einfach eine, ja, weil ich, ja, was meine ich, wieso da, da, so. So soll das sein. Und dann hier einfach so durchzieht. Äh, ich würde das dann aber eher mit unterirdischen Fließblendern mitmachen, weil einfach, man kann dann auch lang laufen. So, machen wir es so. Und dann, keine Ahnung, wie weit wir das machen müssen, eigentlich würde es auch so ja schon reichen, dass man direkt anschließt danach, direkt boom, 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 ist das nächste. Okay. Gut, 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 gut. Hier ist eine Lampe, kommt weg. Dann Strom. Da können wir Strom ja endlich mal so bauen, wie der Centric das möchte. Schön dazwischen. Okay, das Einzige, was noch fehlt, ist eigentlich, ja, noch ein Strommast, der hier sein müsste. Nee. Ja. Jetzt fehlt uns bloß noch diese Erze. So. Das heißt, hier werden die Rubinerze angefordert. So. Die werden wahrscheinlich auch kommen. Hier fehlen uns jetzt die Grinding Wheels noch. Grinding Wheels. So. Okay, das erste ist schon fertig. Und hier fehlen uns nicht nur die Grinding Wheels, sondern auch noch das Poliermittel, was bei Bobs Material war. Und hier müssen wir jetzt auch noch herstellen, Leute. Oh, Laboreffizienz ist fertig. Na, endlich. Hat ja lange genug gedauert, Mann, ey. Das muss ich mal schneller machen können. Schlimm sowas. So. Was können wir denn noch forschen? Erinnert der Faktor habe ich keinen Bock zu. Das ist so ein Zeug, das braucht einfach kein Schwein. Elektrolyse, Metallverarbeitung, machen wir das einfach mal. So. Also, ein paar Ärzte haben wir ja bekommen. Wir brauchen ja Rubine und wir brauchen Saphire. Also müsste ich so oder so noch eine weitere Schicht aufbauen. Was aber bedeutet, ich könnte das machen mit 1, 2, davon noch ein paar Fließbänder brauche ich keine. Normale Knickarme wären nicht schlecht. Ich würde das wieder blueprintieren. Weil man irgendwie immer fauler wird, was das angeht. Wenn man weiß, man kann sowas benutzen. Warum nicht benutzen, Leute? Warum nicht? Das kommt weg. Das braucht da kein Schwein. Ja. Also wenn man ein Blueprint verwenden kann, dann macht man es auch. Und ich hoffe, ich habe auch alles, was man dafür braucht. Gut, ich kann die Pumpe, vielleicht könnte ich die Pumpe noch mal ansetzen oder hinbauen. Generell mal eine Pumpe. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. So. Du machst jetzt einfach sauberes Wasser. Ich hoffe mal, das ist das Richtige. Okay. Dann Blueprint. Muss ich hier noch ein Blueprint bauen. Sollte ihr vielleicht ein paar Blueprints, müsst ihr dann vielleicht mal löschen, weil die irgendwie nur dafür da waren, um einfach mal... Ja, warte mal. Warte mal. So. Einmal so. Das brauche ich mal eben ab. Na. Blauprint. Blauprint. Ja, welches Blauprint ist das jetzt gewesen? Äh. Das hier. Und... Klack. Ja. Ja. Hä? Okay. Ja. Fertig. Abgesehen davon, dass wir jetzt hier vielleicht noch die Rubine ein bisschen abändern müssen. Hier vielleicht noch die Rubinerze austauschen in... Saphir-Erz. Nein, Moment. Das ist kein Erz. Das ist Erz. Ja. Fertig. So. Wir brauchen also noch das Polierzeug. Wie auch immer das hier zustande kommt. Machen wir mal. Gucken wir mal. Bobs Material. Hier. Zwischenprodukte. Stahlträger und... K. K? Holzbrüllen sind das nicht. Keine Ahnung. K. Hm. Stahlträger plus K. K. Das sind die dunklen. Ne. Diese dunklen Holzbretter sind das irgendwie. Was haben wir das für welche sind? Die sind es nicht. Naja. Wird uns schon. Werden wir schon finden. Die sind das. Ach. Aus Schweröl macht man die. K. Aus Schweröl. Was? Direkt aus Öl? Okay. Ne. Aus Schweröl. Ja. Nicht aus Öl. Sondern direkt aus Schweröl. Und jetzt haben wir natürlich da unten in unserer Ölanlage das Schweröl alles weggehauen. Weil wir dachten, wir brauchen das nie, nie, nie wieder. Das ist Leichtöl. Das haben wir weggehauen. Nicht das Schweröl. Das Schweröl haben wir sogar noch. Das wird hier getankt. Ha. 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 Welch gutes Ereignis. Das heißt, wir brauchen wenigstens noch eine Chemiefabrik. Das war eine Chemiefabrik. Genau. So habe ich hier noch Platz. Hier hätte ich noch Platz. Aber ich will ja den Tank. Ich glaube perfekt. Passt auf. Wir machen K. Funktioniert. Und das hier ist eine Anforderungskiste. Ich weiß. Machen wir einfach hier hin. Kopieren das. Und dann kommt hier die Kiste hin. Dann drehen wir das um. Und dann können wir nämlich hier direkt das Zeug da einlagern. Was wahrscheinlich aber überlaufen wird dann. Das ist natürlich doof. Dann machen wir erst mal. Wo sind die Fässer? Die Fässer? Wo sind die Fässer? Da. Ah. Ach. Das ist eine Anbieterkiste. Die kann ja ruhig überlaufen. Ja. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Na gut. Lassen wir das einfach so. Da haben wir jetzt das K schon mal. Das ist doch mal gut. K haben wir schon. Was auch immer das sein soll. Kohleplatte vielleicht. Oder so. Wegen Schleifpapier. Schleifpapier. So. Warte mal. Das sind zwei verschiedene Wheels. Ach. Man kann auch zwei aus Holzbund und einen Stahlträger machen. Hey. Hier macht man zwei aus Stahlträger und aus dem. Naja. Ist jetzt nicht so die Welt. Das werden wir glaube ich direkt hier irgendwo mit bauen. Wie viele Diamanten oder Rubine gab es denn? Fünf. Ja. Sechs Stück. Und jetzt hier nochmal. Ja. Danke. Sie doch. Das hatte ich geworden. Nice. Nice. Ähm. Wasserbohrung. Was ist das? Das sind nur so eine Kacke. Braucht kein Mensch. Vielleicht eher die Geschwindigkeit und sowas mal machen wieder. Hi. Hi. Noch mehr Geschwindigkeit. Das ist schon abartig. Mal einfach mal. So. Sechs Stück. Also. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Sind wir bei vier. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Sind wir bei sechs. Das heißt hier drüben könnten wir tatsächlich. Tatsächlich noch ein paar Maschinerien bauen. Ähm. Um unsere Sachen ran zu schaffen. Die wir so brauchen. Ja. Wir brauchen Sachen Leute. Auch wenn ihr das nicht glaubt. Äh. Was ist denn das hier? Das ist ein unterirdisches Superband. Ne. Das geht so weit wie es nun mal maximal. Maximal wahrscheinlich. Wird maximal Länge sein. Testen wir mal. Ja. Leider. Ich mach mal so. Brauche ich noch so eins. Und dann werden wir das hier ein bisschen abkürzen. Dann haben wir hier nämlich mehr Platz zum Basteln. Und Basteln ist das was Tenshi gerne macht. Oh ich gucke halt auf die Uhren. Wir sind schon bei 25 Minuten. Äh. Das geht viel zu schnell Leute. Viel zu schnell. Viel zu schnell. So. Also hier könnte man theoretisch bauen. Oder wir bauen einfach hier. Wo ein bisschen mehr Platz ist. Da können wir das Polishing mitmachen und so. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau was wir hier brauchen. Ich setze hier einfach mal hin. Einfach nur weil ich es kann. Weil ich es habe. So. Okay. Und da kommt dann Sachen hin. Wie zum Beispiel. Entweder das oder das. Haben wir hier Holzbohlen. Egal. Jetzt machen wir das schon. Dann können wir auch gleich. Äh. Das hier machen. Und bei dem. Da müsste eigentlich das hier rankommen. Oh. Das macht man in. Das macht man mit Alumina und mit Leichtöl. Ach du Kacker. Buh. 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 Freut euch auf die nächste Folge. Hahaha. Gut. Dann würde ich sagen. Ich war der Tenji hier von Zulips Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Jinschel. 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 Vielen Dank.